Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Direkte Kursschiffe bitte, Vollgas. Komm mal raus, komm mal raus. Rotleistung. Okay, ich dreh überliebe. Aus und raus. Ja. So ein bisschen Kreide gebraucht, weil das noch... Wie kann das? Nix. Das ist schön am Kreide lang geschlittert. Okay, wir greifen die Bordwaffen nochmal an. Ah, egal. Angriff am Boden mit Bordwaffen. Verstanden! Oh, war doch ganz... Schnelldrucker Lager. Jetzt helft mir, was wir da gemacht haben. Entschuldigung, Mann. Ich gehe auf der... Da ist ja auch noch ein bisschen selten. Jawoll! Oh, oh, oh! Und wieder ab zu den Schiffen. Östliche oder westliche? Westliche natürlich. Westliche. Ich bin aber doof. Ich bin aber doof. Es würde wenig Sinn machen, mir zu den Westlichen zu fliegen. Das ist aber doof, wa? Doofer, doof, wa? Ja. Okay, ich bin glaube ich gerade der Letzte. Ich bin gerade direkt über dem Hafen weg. Ich fliege gleich über den Leuchtturm. Ja, ich fliege gerade genau raus. Nee, ich bin der Letzte. Ha, haben wir eigentlich Spaß. Und Hansi hat leider nicht. Richtig. Ich rufe mir aber gleich noch ein Bier. Ja.